Okay, willkommen zurück zu NumPy. Heute wollen wir tatsächlich mal mit NumPy arbeiten und machen das hier erstmal alles weg. Was wir behalten ist Import NumPy. Allerdings schreibt das niemand so. Man schreibt normalerweise immer Import NumPy SNP. Das ist eine Abkürzung, weil man NumPy einfach so häufig benutzen möchte und benutzen muss. Und ja, so geht es halt schneller. Wenn das jetzt bei euch nicht funktioniert, was ihr höchstwahrscheinlich nicht habt, weil ihr es noch nicht importiert habt, beziehungsweise installiert habt, dann müsst ihr das natürlich noch machen. Dazu gehen wir hier ins Terminal rein und installieren das Ganze über PIP. Das heißt PIP install NumPy. Oder, falls ihr eine spezielle Python-Version benutzen wollt, PIP 3.8 ist die, die ich hier gerade benutze. Aber ihr könnt NumPy mit eigentlich jeder Version benutzen seit Python 3. Also in meinem Fall wäre es PIP 3.8 install NumPy, was natürlich schon erledigt ist. Und ja, damit sollte das dann auch funktionieren bei euch. Ihr braucht nichts irgendwie separat runterzuladen oder sowas. Wenn bei euch PIP wie der Erwarten nicht vorhanden sein sollte, hier ist nochmal ganz kurz eingeblendet, wie man PIP installieren kann. Ihr findet das Ganze über pip.pypar.io slash enabling installing, enstable installing und dann halt hier, wie man PIP quasi installiert. Der Standard wäre python-m-pip-version, um zu überprüfen, ob PIP installiert ist, beziehungsweise unter Windows könnt ihr das Ganze auch mit py-m-pip-version machen. Wenn das Ganze euch etwas ausgibt, dann habt ihr PIP installiert. Ihr könnt dann auch PIP ansprechen, indem ihr, falls PIP 3.8 oder PIP bei euch nicht richtig funktionieren sollte, dann geht natürlich auch py-m-pip und dann eben install numpy. Also so, py-m-pip install numpy. Das ginge auch. Das wäre genau dasselbe und würde auch zum selben Ergebnis führen, wenn ihr das dann so macht. Allerdings bei mir, ja, ich habe hier Python 3.9, wie gesagt, und das ist noch eine andere Installation, da müssen wir nicht drüber reden gerade. Aber eben normalerweise würde man das hier auch so machen können. Ansonsten, falls das auch nicht bei euch funktionieren sollte, dann müsst ihr es eben noch installieren. Und das geht folgendermaßen. Ihr ladet euch tatsächlich die get-pip-Datei von hier runter. Die findet ihr einfach hier. Also das ist tatsächlich die Python-Datei. Könnt ihr einfach mit STRG-S dann speichern. Also ich zeige das kurz. Wenn ich STRG-S drücke, dann kann ich das hier wirklich als Python-Datei speichern und dann einfach ganz normal als Python-Skript ausführen. Also Python und dann get-pip ausführen. Und schon habt ihr quasi pip installiert über ein eigenes Python-Skript. Und dann, ja, könnt ihr auch alles machen, was ihr dann machen müsst. Also hier py-get-pip oder python-get-pip.py. Ich mache normalerweise immer tatsächlich Python, egal ob ich unter Windows oder Unix oder Mac bin. Ähm, aber nun ja, ähm, hier wird tatsächlich py unter Windows empfohlen, was nicht unbedingt immer das Richtige ist. Genau. Ähm, also so bekommt ihr dann im Zweifelsfall pip, falls es bei euch nicht funktioniert. Und so führt ihr es dann aus. Entweder hier über py-mpip oder über python-mpip oder direkt einfach über pip 3.8. Jetzt tut es mir leid, wenn das ein bisschen ausführlicher war. Ähm, ich nehme natürlich an, dass ihr schon alle pip installiert habt. Aber falls es nicht so sein sollte, wäre das trotzdem noch nicht unwichtig gewesen, das zu installieren. So, und jetzt wollen wir tatsächlich endlich anfangen mit dem eigentlichen Python-Code. Ähm, und zwar wollen wir doch erstmal einfach eine Liste erstellen. Und das heißt, ähm, wir installieren, oder wir installieren, genau. Wir erstellen uns eine Liste mit Temperaturen. Sagen wir mal, es ist sehr kalt, was ich irgendwie angenehm fände. Sagen wir, es ist minus 1,5 Grad, dann ist es minus 1,2 Grad, dann haben wir 0,0 Grad, dann haben wir von mir aus 2 Grad oder 2,1 Grad. Achtet immer darauf, dass ich hier extra Floating-Point-Numbers nehme, also wirklich irgendwas mit einem, ja, mit einem Punkt dazwischen. Und dann haben wir plötzlich 24,2 Grad. Das wäre ungefähr das normale Wetter hier. Ähm, natürlich nicht. Das ist ein kleiner Scherz. Aber, ja, das ist eine ganz normale Liste. Und mit der Liste wissen wir auch mittlerweile, wie wir umgehen. Wir können sie ausgeben, wir können Sachen damit machen und so weiter und so fort. Wenn wir das jetzt allerdings als NumPyArray haben wollen, können wir das ganz einfach machen. Und, oder wir nennen es einfach nur npTemp. Wir bekommen das Ganze in ein NumPyArray, indem wir hier einfach sagen np.Array von unserer Temp. Und damit haben wir es schon in ein NumPyArray konvertiert. Und jetzt wird es spannend, denn was kann ich jetzt mit diesem NumPyArray machen? Und was passiert denn, wenn ich das Ding hier eigentlich ausgebe? Das schauen wir uns mal ganz kurz an. Das sieht dann so aus. Und achtet auf diesen kleinen Fakt hier zwischendrin. Wir haben keine Kommata hier dazwischen. Also, minus 1,5 Leerzeichen, minus 1,2. Lasst euch davon nicht verwehren, es sind trotzdem jeweils separate Werte. Das bedeutet, wir haben hier nicht irgendwie ganz komische, ähm, einen ganz komischen Datentyp, sondern es ist jetzt einfach nur der Unterschied zwischen dem normalen Temperaturdatentyp, was eine Liste ist, die sieht so aus, und zwischen unserem Array, damit man das auch wirklich im Printen auch darstellen kann, dass das anders aussieht. Okay, und was kann ich jetzt so tolles damit machen? Nun ja, ich kann hier tatsächlich hergehen und alles machen, was ich mit einem Vektor mache. Das heißt, dieses Array hier, das ist jetzt intern als Array gespeichert sozusagen. Ein Array ist sehr viel effizienter als eine Liste, ähm, was in großen Datenmengen dann am Ende wichtig wird. Das bedeutet aber auch, es wird von Python, beziehungsweise von NumPy als, als normales Vektor, oder als normaler Vektor, ähm, ja, behandelt. Und das bedeutet, ich kann zum Beispiel einfach hierher gehen und sagen, okay, wir haben jetzt zum Beispiel dreimal die Temperaturen, und, äh, dann kann ich alles mal drei multiplizieren. Völlig egal, was genau das eigentlich für ein Wert ist, wir haben hier wirklich alles mal drei genommen. Das ist, ähm, eine normale Skalarmultiplikation, ähm, wie man es aus der Mathematik kennt, also dreimal ein Vektor, ähm, und das macht uns eigentlich hier überhaupt nichts aus. Der Witz ist allerdings, wenn wir das in Python machen, ist es ein kleines bisschen aufwendiger. In Python müsste ich tatsächlich hierher gehen und sagen, okay, ich hätte ganz gerne eine neue Liste gebaut, ähm, und wir sagen dann, wir hätten ganz gerne, äh, dreimal x, ähm, vor x in, äh, temp, und das wäre dann meine neue Liste. Würde auch funktionieren, aber wir sehen auch hier schon, da ist eine kleine Ungenauigkeit dabei, und die haben wir hier natürlich auch, weil wir es mit Gleichkommazahlen zu tun haben. Die wird in NumPy direkt für mich kontrolliert. Das ist sehr, sehr angenehm hier. Ähm, eine kleine Sache hier übrigens auch noch, warum ich dieses Temperaturbeispiel nehme, das ist irgendwie so der Standard, einfachste Use Case, den man mit NumPy machen kann. Deswegen nehmen den tatsächlich alle, also wundert euch darüber nicht. Den werdet ihr noch an anderen Stellen finden. Ähm, so. Jetzt, was genau bringt mir jetzt also das Ganze, wenn ich das jetzt als NumPy Array schreibe? Naja, ich kann es als tatsächlichen Vektor behandeln, und nicht mehr als eine Liste oder sowas. Also, ich kann mathematischer denken. Das hilft, wenn man irgendwelche mathematischen Darstellungen interpretieren möchte. Was es allerdings auch noch kann, ist was ganz anderes. Und zwar, wenn ich ein neues Array erstelle, dann kann ich auch meinen Typen explizit darstellen. Das bedeutet, ich kann hierher gehen und sagen, ich hätte ganz gerne zum Beispiel die 42 und die 1337, und ich möchte sie als einen festen Typen interpretieren. Der Type ist optional, das heißt, wir müssen das nicht angeben, aber wenn wir ihn angeben, dann wird man da, oder dann zwingt man NumPy dazu, diesen Typ anzuwenden. Hier wird einfach der Typ für uns automatisch erkannt. Hier kann ich jetzt zum Beispiel hergehen und kann mich festlegen auf NumPy.int zum Beispiel int 8. Und das bedeutet, ich habe hier gerade mal 8 Bit oder auch 1 Byte für meine Zahlen festgelegt. Das reicht mir hier in diesem Fall jetzt nicht unbedingt so aus. Wir sehen hier, ich komme auf einer 57 raus. Das ist natürlich was völlig anderes als 1337. Liegt einfach daran, dass ich jetzt hier diesen Typen angegeben habe. Und hier ist auch Achtung gegeben, oder Achtung geboten, wenn ihr einen Typen auswählt. Denn ja, Python macht das alles intuitiv für euch. Python kann da wirklich jeden Typen rauslesen und ihr könnt in Python beliebig große Zahlen haben. Aber in NumPy, wenn ihr einen Typen auf int 8 setzt, dann seid ihr da an ganz normale Typen gebunden, die eben 8 Bit haben. Jetzt, was ist die größte Zahl, die ich mit einem int 8 darstellen kann? Sagen wir einfach mal, wir haben diese Zahl hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Das sind 8 Einsen. Das ist ja eigentlich, würde man denken, die größte Zahl. Es stimmt nicht ganz, das ist die kleinste Zahl hier. Denn das erste wird als Vorzeichen gewertet. Also, das ist quasi meine 0. Und dann habe ich hier noch mit einem kleinen Trick ein bisschen mehr Zahlen zur Auswahl. Aber im Endeffekt habe ich 7 Einsen, die ich darstellen kann. In Binär wäre das dasselbe wie 2 hoch 0 mal 1. Also, 1 plus 2 plus 4 plus, das sind jetzt schon 3 übrigens, plus 8 plus 16. Dann sind wir bei 5, 6, 7. Was ist das? Das ist gerade mal 1 weniger als 128, also 127. Wir verifizieren das mal ganz kurz und sagen hier 107, oh, das muss ich natürlich dann rausmachen, ähm, 127, das funktioniert. Was ist denn mit 128? Schauen wir mal ganz kurz nach. Und wir sehen hier, wir kommen bei minus 128 raus. Was jetzt passiert ist, ist folgendes. Wir haben gesagt, okay, wir hätten ganz gerne 1 mehr. Wir hätten, wir haben gerade gesagt, wir hätten gerne die Zahl 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Also, eine 1 mit, ähm, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, mit 7 Nullen hinten dran, weil offensichtlich ist 128 genau diese Zahl in binär dargestellt. Ja, aber die erste, das erste hier wird als Vorzeichen interpretiert, also eine 1, das heißt, wir haben eine negative Zahl und der Rest ist 0, 0, 0, 0, 0. Ähm, da wird jetzt ein kleiner Trick hinten dran gemacht. Das sind im Endeffekt IEEE-Werte, ähm, oder eine, eine Definition, wie man das Ganze umrechnet, muss man jetzt nicht wissen. Und es kommt eine minus 128 bei raus. Das heißt, mit einem N, mit einem Int8 ist die größte Zahl, die ich darstellen kann, ohne dass ich ein kaputtes System habe, 127. Wenn ihr sicher seid, dass alle Zahlen, die ihr habt, unter 127 sind und bei Grad Celsius Temperaturen könnte man davon ausgehen zum Beispiel, allerdings hätte ich dann nur ganze Zahlen, aber hey, ähm, dann können wir durchaus so einen Typen hier wählen und dadurch wirklich sehr viel Speicherplatz sparen. So ein Int8 frisst mir gerade mal ein Byte. Ein Byte. Pro Zahl natürlich. Das heißt, wir haben hier in dieser, in diesem Array gerade mal zwei Zahlen gespeichert und das ist wirklich toll. Ähm, auf diese, ähm, auf diese Effizienz gehen wir nächstes Mal noch ein kleines bisschen genauer ein. Was ich allerdings damit sagen möchte ist, ähm, um das jetzt nochmal zusammenzufassen, wir müssen aufpassen bei diesen Arrays, wenn wir die Typen angeben, dass wir nicht aus Versehen einen sogenannten Overflow bekommen. Wenn man normales Python macht, muss man sich damit nicht beschäftigen. Wenn man jetzt mit NumPy arbeitet, muss man sich damit beschäftigen. Das bedeutet, wir haben hier immer eine Limitierung sozusagen. Wenn ich ein Int, ähm, was gibt's noch? Int 16 gibt es auch noch. Dann habe ich eben 16 Byte zur Verfügung, äh, 16 Bit zur Verfügung. Also die größte Zahl wäre hier, ähm, 2 hoch 16 minus 1. Die 16 kommt eben aus dem Int 16 und das minus 1, naja, das vorderste Zeichen ist eben mein, mein Bit, ob es eine positive oder negative Zahl ist. Dasselbe gilt für Int 32. Hier ist meine größte Zahl 2 hoch 32 minus 1. Und dann gibt es natürlich noch 2 hoch 64 minus 1 als größte Zahl zu nehmen. Das geht alles. Ähm, ich kann auch mal gucken, was wir hier noch alles machen können. Wir sehen hier, es gibt nicht wirklich eine, einen Vorschlag oder sowas, ob das jetzt da ist oder nicht, das müssen wir eben selber rausfinden. Wir können das ganz einfach machen, indem wir hier das Ganze mal laufen lassen. Wir sehen, ah, 128, das ist schon zu viel. Ähm, 64, das gibt es allerdings noch und ja, das läuft auch komplett durch. Also, wenn ihr natürlich hier ein Int 64 habt, dann habt ihr hier nicht 1 Byte pro Zahl, sondern 8 Byte pro Zahl. In Python ist das was anderes. In Python habe ich wirklich riesige Zahlen, die ich hier in eine Liste reinpacken kann. Python hat intern eine andere Darstellung für Zahlen, als wir das bei C oder C++ haben und deswegen muss man hier ein bisschen vorsichtig sein. Okay, ähm, ja, das war es eigentlich als Warnung. Ähm, meistens müsst ihr euch nicht drum kümmern, in Normalfällen habt ihr selten mehr als sowas, aber warum in 8 dann, naja, sagen wir mal, ihr habt zum Beispiel User IDs oder sowas und ihr habt nur 100 User oder so, dann könnt ihr das wunderbar damit machen. Ähm, in manchen oder eben andere Fälle, in manchen Fällen oder in den meisten Fällen werdet ihr mit in 32 glücklich werden. Ähm, das sei hier noch ganz kurz dazu gesagt. So, wenn das jetzt überrannt hat, ähm, dann freut es mich, ihr habt viel gelernt. Ansonsten könnt ihr, ähm, natürlich beim nächsten Mal wieder reingucken und ich hoffe, ich konnte euch dabei ein bisschen helfen. Wir hören uns wieder, bis dann, ciao. Bis dann. Untertitelung des ZDF, 2020